Jens Hendrik Jensen, East, Jagd im Zwielicht. Aus dem Dänischen von Ulrich Sonnenberg, gelesen von Dietmar Wunder. Produktion, der Audio Verlag. Prolog Der Mythos lebt in dem Nebel, der sich über die Jahre legt und ihm erlaubt, eine unkontrollierbare Form anzunehmen. Er nähert sich von der dunklen Schnittmenge, in der sich Wahrheit, Lüge und Wunsch gegenseitig aufheben. Im Gegensatz zu den Menschen schwächt ihn das Alter nicht, sondern er wird mit jedem Augenblick größer und immer kraftvoller. Der Mythos ist das überlieferte Wort, unser gemeinsames Gut, es bereichert und betrügt uns, die wir ihm folgen. Diese Geschichte über den Wolf von Banyaluka hat ihre Wurzeln in den Mythen des Balkans, dieser von Kriegen gepeinigten Region, deren Zivilisation die Augen vor der Barbarei verschloss, sodass Nachbarn sich gegenseitig töteten. Dort bekam der Mythos eine rastlose Gefährtin, eine alte Bekannte, die Schuld. Mancher mag sich die Frage stellen, wie konnte aus guter Nachbarschaft Leid und Schmerz werden? Die Antwort liegt irgendwo in dem Nebel, der die Jahre verschleiert und alles unbegreiflich werden lässt. Deshalb wissen die Nachbarn nicht mehr genau, warum das Leben sich so fatal entwickelt hat. Bis zu seinem Tod im Jahr 1980 gelang es Josip Brostito, die Illusion Jugoslawien mit den Republiken Kroatien, Slowenien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro, Mazedonien und Serbien mit seinen beiden Provinzen Vojvodina im Norden und Kosovo im Süden zusammenzuhalten. Aber Illusionen spiegeln nicht unbedingt die Realität wider, und die Bevölkerung hatte ihr Selbstverständnis nie aufgegeben. Ein Kroate war ein Kroate und ein Serbe ein Serbe, nur wenige sahen sich als Jugoslawen. Trotz einer mit Blut geschriebenen Vergangenheit lebten sie friedlich zusammen. Unabhängig von Identität und Religion heiratete man untereinander und nahm an Begräbnissen teil. Muslime, Orthodoxe und Katholiken wohnten Seite an Seite, bis die Demagogen zum Klang vergessener Kampflieder aufmarschierten. Unwissenheit und die Sünden der Vergangenheit wurden ihre geschliffenen Werkzeuge im Streben nach Macht, und keine der Wunden scheint geheilt zu sein. Diese Geschichte handelt von der Jagd nach der Schuld und der Suche nach Glück, denn was kann man anderes tun? Die Spur führt über Meere und Berge und durch den Nebel der Mythen, in dem Recht und Unrecht verschwimmen. Die Spur führt auf das Territorium des Wolfes. Links und weitere Hinweise. Hier rechts findet ihr eine weitere Hörprobe. Bitte lasst auch ein Abo da und die Glocke aktivieren, dann werdet ihr immer über neue Hörbücher informiert. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020